Hallo und herzlich willkommen zur 19. Folge von Bitcoin Verstehen, dem Podcast, bei dem wir versuchen, euch alles rund um das Thema Bitcoin einfach und verständlich näher zu bringen. Mein Name ist Manuel und wie jeden Sonntag dabei ist wieder Jonas. Guten Morgen. Morgen. Ja, letzte Folge war ja schon eine sehr intensive Folge, muss man ja sagen. Wir haben ja ein ganz neues Kapitel aufgestoßen, nämlich das Thema Geld. Und Geld haben wir letzte Folge gelernt, es eben definiert, dadurch, dass es einerseits ein Tauschmittel ist, eine Währungseinheit, aber auch ein Geldspeicher. Ja, und die letzte Folge war ja für unsere Verhältnisse relativ Bitcoin-kritisch. Also der Alex, unser Gast der letzten Woche, bezeichnet sich ja auch als einen, der innerhalb des Bitcoin-Space dem Ganzen eher, ja, ein bisschen kritischer gegenübersteht. Aber in einem Punkt ist er sich, ja, mit den Bitcoin-Maximalisten einig, nämlich in dem Punkt, dass Bitcoin ein guter Wertspeicher ist oder ein guter Wertspeicher sein kann. Und genau um diese Eigenschaft des Bitcoin, nämlich die des Wertspeichers, soll es heute gehen. Deshalb würde ich jetzt wieder an dich übergeben, Jonas. Was ist denn ein Wertspeicher? Welche Eigenschaften muss ein guter Wertspeicher haben? Ja, vielen Dank. Coole Einleitung, wie immer. Und ich würde mal sagen, wir fangen überhaupt erstmal an, was ist überhaupt ein Wertspeicher, was deine erste Frage war. Und ein Wertspeicher an sich ist ja erstmal etwas, ja, was einfach einen Wert speichert. Ganz einfach ausgedrückt. Und beim Wertspeicher geht es ja auch darum, dass es eher darum geht, einen Wert über einen bestimmten Zeitraum zu speichern. Und bei dem Wertspeicher, über den wir jetzt gerade sprechen werden, ist natürlich geht es eher darum, dass man es über einen längeren Zeitraum spricht. Also nicht nur eine Woche, sondern dass man sagt, es geht ganz normal über einen Monat oder auch sogar länger oder auch über Jahre oder Jahrzehnte insgesamt. Ja, ja. Genau. Und bei einem Wertspeicher, bei Geld an sich geht es ja einfach auch darum, dass man einen Wert speichert. Und die Frage ist ja auch, was für einen Wert speichert man darin? Und bei Geld kann man ja auch das so ein bisschen definieren in die Richtung, ja, du speicherst in deinem Geld deine Produktivität, die du beim Arbeiten einsetzt zum Beispiel, plus eben deine eingesetzte Zeit. Das heißt, wenn du jetzt ganz normal arbeiten gehst, gibst du deine Zeit ab und du erledigst irgendeine Aufgabe. Und dafür kriegst du ja eben dann einen Gegenwert, bei uns natürlich das ganze mal einen Euro als Gehalt. Ja, klar. Genau, da ist dein Wert gespeichert, den du in der Zeit aufgebraucht hast und im Gegenzug kannst du natürlich diesen Wert wiederum eintauschen gegen irgendeine Ware oder eine Dienstleistung, für die du wiederum keine Produktivität und keine Zeit einsetzen musst, weil die jemand anderes übernommen hat. Und du tauscht den Zug, es gibt einen großen Kreislauf, der sieht man her. Und jetzt ist eben die Frage, worin speichere ich diesen Wert überhaupt, den ich da generiert habe. Und theoretisch könnte man jetzt jedes Gut nehmen, was man auf der Welt hat und sagen, okay, kann ich es denn darin speichern? Also, meistens natürlich mit dem Euro, klar. Aber die Frage ist jetzt erstmal, welche Eigenschaft muss so ein Wertspeicher überhaupt besitzen? Und das ist, glaube ich, das nächste Thema, was man besprechen kann. Und worauf wir uns auf jeden Fall einigen können, dass dieses Gut, in dem wir das speichern, auf jeden Fall sehr lange haltbar sein muss. Also, es darf jetzt nicht verrotten, weil jetzt zum Beispiel das klassische Beispiel Obst oder was auch immer, ja, das schimmelt eben nach ein paar Tagen und das zersetzt sich natürlich. Dann war es das mit deinem Wert, den du speichern wolltest. Wenn ich für meine Arbeitsleistung 100 Mandarinen erhalte und die nach einer Woche schon wieder kaputt sind, ja, dann ist es war es das mit meinen 100 Jahren oder 50 Jahren Wertspeichern für meine Rente zum Beispiel. Genauso fallen Sachen raus, die irgendwie verrotten, also an sich auch verrosten zum Beispiel. Es gibt ja genauso viele Metalle, die dann verrosten, die dann auch sich ein bisschen auflösen. Oder auch andere Sachen, die einfach schnell kaputt gehen können. Also, Holz ist jetzt eher was ein bisschen langfristiges, aber auch das kannst du relativ leicht zerschlagen. Und deshalb ist mit der Zeit, hat sich so ein bisschen herausentwickelt, dass es Edelmetalle sind, weil Edelmetalle einfach sehr haltbar sind und vor allem auch Gold, die kannst du chemisch einfach nicht zersetzen. Das heißt, du kannst Gold nicht zerstören. Und deshalb ist Gold für uns auch so ein krass guter Wertspeicher, die letzten Jahrhunderte, Jahrtausende eigentlich schon. Aber da kommen wir glaube ich nochmal drauf, warum Gold auch noch wertvoller ist und nicht nur dadurch, weil es so haltbar ist. Denn es gibt verdammt viele Güter, die eigentlich so haltbar sind. Doch nicht alle sind wertvoll. Und da kommen wir zur nächsten Eigenschaft und das bedeutet nämlich, dass sie auch begrenzt sein müssen. Denn nehmen wir als Beispiel Steine, sind eigentlich auch sehr haltbar. So ein Kieselstein, den ich in der Hand habe, der hält die nächsten 100 Jahre auch durch. Das Problem ist aber, einen Kieselstein, den gibt es überall. Da gibt es eine wahnsinnig große Menge davon. Und wir wissen ja auch alles, alles was auf dieser Welt irgendwie wertvoll ist, ist ja auch begrenzt für uns Menschen. Das ist ja unabhängig, wie viel es ist. Ob das jetzt zum Beispiel ein Bild ist, was es nur einmal gibt, ist für uns wertvoll, weil es immer nur einmal gibt. Oder gibt es ein Auto, das es nur 100 Mal hergestellt wurde, ist es wertvoll, weil es einfach 100 Mal da ist, einfach nur. Ja, gerade bei dem Autobeispiel ist es ja auch so, dass es teurere Autos gibt und günstigere Autos. Jetzt gerade, keine Ahnung, nehmen wir einen Porsche. Da gibt es ja auch extrem viele. Also es ist weit weg davon, sehr selten zu sein. Aber im Maßstab des Automarkts gemessen, nehmen wir einen VW Golf oder so, gibt es natürlich deutlich mehr. Also es muss gar nicht so sein, dass es nur 100 Güter gibt oder so, um eine Knappheit zu haben. Das ist ja immer wichtig, dass man das Verhältnis sieht. Und je knapper ein Gut, desto höher sein Wert, wenn der Markt einfach den Preis bestimmt durch Angebot und Nachfrage. Genau, es geht ja nicht mehr darum, wie du gesagt hast, es geht nicht darum, wie viel davon es auch gibt, sondern einfach, dass es halt einfach begrenzt ist darin. Und dann kann man ja weiter auch schauen, auch da ist es, es gibt viele Sachen, die begrenzt sind. Theoretisch 100 Porsche, die es gibt, weil Porsche einfach sagt, künstlich sagt, übrigens, wir stellen nur 100 davon her. Kann man ja auch machen. Ja, da gibt es ja tatsächlich die Entscheidung bei manchen Unternehmen, dass sie ihr Kind künstlich knapp halten. Es gibt es bei allem, ja. Es gibt auch, Adidas sagt auch, dass sie nur noch 100 Sneaker ausgeben und plötzlich ist das Ding wahnsinnig viel wert. Aber das Problem ist halt, auch das sind nicht automatisch gute Wertspeicher. Denn das Problem dabei ist nämlich, was passiert mit den, zum Beispiel, bleiben wir bei dem Porsche Beispiel, was passiert, wenn Porsche plötzlich entscheidet, hey, 100 sind ein bisschen wenig, wir machen nochmal 900 zu und es gibt plötzlich 1000 Stück. Dann ist der Wert. Bei einem Porsche wäre es natürlich jetzt eher eine Limited Edition, die halt einen Wert dadurch hat, dass man von vornherein weiß, okay, es wird nur 100 geben. Entsprechend steigt ja jetzt der Wert des einzelnen Fahrzeugs, diese Limited Edition. Und wenn Porsche dann im Nachhinein sagt, wir machen jetzt nochmal 100, dann gucken natürlich die Käufer, die am Anfang gegebenenfalls bereit waren, einen Aufpreis zu zahlen, dafür, dass sie eben diese Limited Edition hatten, ein bisschen in die Röhre. Weil, naja, erstens gibt es auf einmal doppelt so viel und zum anderen kann niemand sagen, dass sich Porsche vielleicht nach den nächsten 100 dazu entschließt, hey, machen wir doch nochmal 100. Lief ganz gut. Genau, und plötzlich hat jeder einzelne Porsche ein bisschen weniger Wert, weil dein einzelner Porsche ist ja nicht einer von 100, sondern plötzlich einer von 1000. Ja, also Autos sind wahrscheinlich jetzt nicht das Beste dafür, aber der Grundgedanke stimmt. Genau, wenn wir mal bei dem Thema, also was ich glaube ich ein ganz cooles Thema finde, ist einfach auch dieses Thema Steine oder bestimmte Muschelarten, einfach bleiben wir bei Steine, bestimmte Steinformen auf einer Insel jetzt einfach als Beispiel. Fand ich ganz cool. Und die sind nicht so viele zu vorhanden, weil sie relativ schwer zu sammeln sind, weil man muss dann noch danach graben zum Beispiel. Und deshalb kannst du sagen, okay, das ist begrenzt, weil einfach auf der Insel gibt es nicht so viele. Man kann die nicht von außen herbringen, weil es gibt es nur auf der Insel. Und Steine sind wertvoll, weil sie einfach lange haltbar sind. Zack, hast du schon die zwei ersten Eigenschaften. Was passiert jetzt aber, wenn die Menschen merken, okay, wir nehmen das Ganze jetzt als Wertspeicher. Das heißt, also jeder soll Steine ist sehr viel wert. Welchen Anreiz besitzt du denn jetzt als Inselbewohner, welchen Anreiz besitzt du denn jetzt überhaupt zu machen? Dein Anreiz besteht darin zu sagen, oh, so ein Stein ist ganz schön viel wert. Was mache ich jetzt? Ich suche danach. Ja, fange ich mal an zu buddeln. Ich fange mal an zu graben, genau. Und das Problem ist aber halt dann, jetzt findest du plötzlich wieder eine riesige Masse an Steine, weil, keine Ahnung, du bist der Erste, der eine Schaufel hat zum Beispiel. Und du grafst zufälligerweise an der richtigen Stelle. Und es kommen wahnsinnig viele Steine plötzlich dazu. Du hast die, du kannst sie jetzt teuer verkaufen auf dem Markt. Also verkaufen auf dem Markt, das heißt, das Angebot steigt an. Die Nachfrage bleibt ja gleich ungefähr. Was heißt das Ganze? Du machst am Anfang ein bisschen Geld natürlich, weil du verkaufen kannst. Aber auch wiederum darin verliert der Stein wieder einen Wert, weil es plötzlich mehr davon gibt und weil sie einfach leicht herzustellen sind. Und darauf komme ich zur dritten Eigenschaft, die sehr wichtig ist. Ist nämlich nicht nur, dass sie begrenzt ist und dass sie haltbar ist, sondern sie muss auch schwer zu fördern sein, um genau das zu verhindern, dass diese Menge so krass erhöht werden kann, um dann so gesehen den Wert eines Gutes auf dem Markt zu verbessern. Da sieht man jetzt, dass das Porsche-Beispiel nicht so zielführend war. Genau, richtig. Die Begrenztheit ist natürlich nicht gegeben, weil Porsche ja einfach sagen kann, da machen wir mehr, da machen wir nochmal 100, machen wir nochmal 100. Also mit der Begrenztheit ist nicht so gut bestellt. Genau, da muss man so ein bisschen drauf gucken, wie so eine Begrenztheit entstehen kann. Weil die Begrenztheit kann ja entstehen durch einerseits dieses Künstliche, wie jetzt bei Porsche, dass jetzt Porsche sagt, okay. Also wenn sie wollen, wir wissen natürlich nicht, wie die Unternehmenspolitik ist. Wenn sie wollen. Aber du kannst es ja auch sagen, eine Begrenztheit kannst du, wie gesagt, durch zwei Bereiche entteilen. Entweder ist sie künstlich begrenzt eben durch, das kannst du ja auch typisch auf Handtaschen beziehen oder auf Klamotten oder was auch immer. Oder auch das digitale Buch bei Amazon begrenzt Amazon ja nur künstlich dadurch, dass sie sagen, okay, du kriegst es erst dann, wenn du es zahlst zum Beispiel. Genau. Und dadurch musst du wiederum, dann sind wir wieder in einem großen Thema, vertrauen. Wir müssen darauf vertrauen, dass der Hersteller sagt, es bleibt auch bei tausend Stück und nicht mehr oder was auch immer, wie viele es nachher sind. Und der andere Punkt ist eben, man achtet darauf, dass es begrenzt ist durch eine natürliche Begrenzung. Wie es zum Beispiel bei einem Stein wäre oder bei unserem perfekten Beispiel, wo wir gleich drauf kommen werden, bei Gold eben. Denn das sind alles Themen oder auch Silber oder eigentlich alle Edelmetalle, also alle natürlich hergestellten Produkte, die aus der Natur entstammen, die sind natürlich ja begrenzt dadurch, dass sie einfach nur in der Natur in bestimmten Mengen vorhanden sind. Und das sind die zwei Dinge. Und bei der Natur müssen wir nicht darauf vertrauen, dass die Natur keinen Blödsinn baut, weil das wird nicht passieren. Also die Natur stellt jetzt nicht, ich habe jetzt nicht im Unterricht so gut aufgepasst, wie Gold hergestellt wird, aber ich glaube, das war auch durch bestimmte chemischen Zusammensetzungen, tippe ich jetzt mal. Wahrscheinlich irgendwie so. Ja, also auf jeden Fall wird es nicht so sein, dass plötzlich die Natur uns plötzlich einen Riesenhaufen Gold vor die Tür legt. Das passiert ja nicht. Also es gibt keinen Goldbaum oder so. Genau, richtig, der nachwächst. Gold wächst. Genau, um das ganz kurz zusammenzufassen, nochmal, also ein Gut muss einerseits haltbar sein, deshalb also Obst zum Beispiel kannst du ausklammern, es muss aber automatisch auch begrenzt sein, denn nur begrenzte Dinge können auf dieser Welt überhaupt einen Wert besitzen. Und dazu gehört aber automatisch noch dazu, dass dieses begrenzte Gut nicht zu einfach herzustellen oder beziehungsweise zu fördern zu sein, wie zum Beispiel im Fall mit den Steinen, wie wir gerade gesagt haben. Die haben beide Eigenschaften. Wenn man sie aber zu leicht nachschieben kann, wenn dieses Gut als Wertspeicher angesehen wird von den Menschen zum Beispiel oder von einer Gruppe, dann hast du natürlich den großen Anreiz zu sagen, okay, ich gebe jetzt Gas, damit ich so viele von den Sachen finden kann, damit ich es verkaufen kann auf dem Markt. Und dadurch wird automatisch das Angeholt erhöht und du überschwemmst den Markt so gesehen mit neuen Sachen, mit neuem Angebot. Ja, so der Wert einer Sache bestimmt sich ja bei einem freien Markt einfach durch Angebot und Nachfrage. Und ein Wertspeicher zeichnet sich halt dadurch aus. In dem dritten Punkt, beziehungsweise der dritte Punkt, schwer herzustellen, bezieht sich ja darauf, dass es eben ein erhöhtes Angebot geben würde, wenn der Gegenstand leicht herzustellen wäre. Genau. Und dadurch der Wert des Gutes dann sinken würde, was natürlich im Umkehrschluss schlecht ist für einen Gegenstand, der als Wertspeicher gedacht ist. Genau, richtig. Und der Punkt ist zum Beispiel, auch gerade bei Edelmetallen, und vielleicht hat der ein oder andere auch schon mal dieses Stock-to-Flow-Verhältnis gehört, ich weiß nicht. Das eigentlich kommt eher auch aus den Edelmetallen. Ich glaube, wir machen dafür mal eine ganz eigene Folge nochmal drüber, weil da könnte man auch nochmal eine halbe Stunde drüber sprechen. Aber im Grunde genommen geht es einfach darum, dass Stock bedeutet die Gesamtmenge eines Gutes, die schon gefördert ist, also die auf der Erde schon existiert. Nehmen wir jetzt zum Beispiel als Gold. Das heißt, die komplette Menge an Gold, die bis jetzt aus der Erde durch allen Minenbetreiber und auch jeder, der irgendwie, keine Ahnung, das Ding geschürft hat, mal rausgeholt hat, sind glaube ich aktuell 170.000 Tonnen, wenn ich es im Kopf habe. Das ist der eine Bereich, genau. Und dazu das Verhältnis eben, der Flow ist die geförderte Menge pro Jahr. Also das heißt, wie viele Tonnen an Gold oder eben das Gut kommen pro Jahr dann oben noch drauf. Und der Vorteil dabei ist nämlich dann, wenn das Verhältnis so ist, dass die Menge nicht so einfach erhöht werden kann, weil einfach die Menge, die hinzukommt, nicht jetzt so einen großen Einfluss hat auf die Gesamtmenge, dann kannst du den Markt auch nicht so gut überschwemmen damit zum Beispiel. Genau. Das ist der Vorteil. Das wollen wir als Wertspeicher haben. Das können wir uns merken. Als Wertspeicher willst du haben, dass es einfach nicht so einfach herzustellen ist, damit du den Markt nicht überschwemmen kannst, wenn der Wert eines Gutes steigt, weil du einfach den Anreiz hast, mehr zu fördern und damit so gesehen den Markt zu überschwemmen und dann sinkt, wie du gesagt hast, schon der Preis wieder ab. Und zack, hast du das Problem eines Wertspeichers wieder komplett verloren. Ja, beziehungsweise das Problem des Gutes, das eben leicht herzustellen ist in Form von Preisverfall, zeigt sich dann eben dahingehend, dass es eben kein Gut ist, das sich gut als Wertspeicher ändert. Genau, richtig. Das sind dann Eigenschaften, die dann schlecht ist, als Wertspeicher zu dienen. Genau. Das heißt, es kann begrenzt sein, es kann haltbar sein, bis zu umfallen, aber wenn du es einfach herstellen kannst, hast du verloren. Und theoretisch, dann könntest du sagen, dann hast du es schon verloren, dann kannst du es als Wertspeicher schon wieder wegschieben in die andere Ecke und du musst etwas Neues suchen, was besser ist. Und ich glaube, dann ist das eine ganz gute Überleitung in die Richtung, welche Güter denn überhaupt gerade Wertspeicher sind. Und wir haben, glaube ich, schon drüber gesprochen. Ja, das heißt, vielleicht, um das nochmal kurz zusammenzufassen, weil wir ja durch das Porsche-Beispiel etwas abgetrifftet sind. Also ein Wertspeicher ist erstmal eine Möglichkeit, Wert zu speichern, wie das Wort sagt. Jeder, ja, versteht darunter vielleicht ein bisschen was anderes. Die meisten Leute opfern ja, oder opfern, das ist vielleicht auch falsch ausgedrückt, je nachdem, wie man es empfindet, ihre Zeit. Sie gehen auf jeden Fall arbeiten und bekommen einen gewissen Gegenwert in Form von Euro bei uns. Und ein Wertspeicher ist einfach ein Gut, das es ermöglicht, den aktuellen Wert des Euros zu speichern hinein in die Zukunft. Das heißt, wenn ich heute einen Euro verdiene, dann ist ein guter Wertspeicher eben ein solcher, der auch in 20 Jahren noch den einen Euro Wert hat und keinen Kaufkraftverlust erleidet. Genau, mindestens den... Und die Eigenschaften... Ja, hoffentlich mindestens. Mindestens den Wert erhält. Im besten Fall natürlich, dass du mehr davon hast. Aber das ist ein anderes Thema auf jeden Fall. Genau, dann wäre es ja schon wieder fast irgendwie eine Anlageklasse oder so. Also für einen Wertspeicher an sich reicht es wahrscheinlich aus, zu sagen, es bleibt einfach genau gleich der Wert. Und es gibt eben drei Eigenschaften, die ein guter Wertspeicher haben muss. Nämlich einmal die Begrenztheit insgesamt, dass es eben lange haltbar sein muss. Deshalb fliegen Mandarinen und Tomaten und auch Holz und Ähnliches raus. Aber es gibt eben Güter, die diese beiden Eigenschaften haben, wie du zum Beispiel Steine genannt hast. Die sind aber trotzdem keine guten Wertspeicher, weil ein guter Wertspeicher sich auch dadurch auszeichnet, dass er eben schwer herzustellen sein muss. Und wenn das nicht der Fall wäre, dann würde sich das Angebot eben dramatisch erhöhen. Sobald die Menschheit mitbekommt, hey, dieses und jenes Gut hat ja jetzt einen gewissen Wert, dann würden auf einmal alle anfangen, danach zu suchen, das Angebot würde erhöht werden, der Wert würde sinken und somit fliegt dieses Gut raus als Wertspeicher. Perfekt zusammengefasst. Okay, gut. Dann stellt sich jetzt natürlich die Frage, welche Güter sind denn guter Wertspeicher? Genau, wir hatten ja schon die Edelmetalle angesprochen gerade eben. Das ist ja herausgestellt, wenn man so ein bisschen die Sachen durchgeht, dann landet man automatisch bei den Edelmetallen. Und bei Edelmetallen gibt es ja auch ein paar Silber und auch Gold oder auch theoretisch auch so, also Diamanten sind ja keine Edelmetalle, glaube ich, offiziell. Aber Diamanten sind einfach von der Haltbarkeit wahnsinnig gut, weil sie sehr fest sind und man kann es mit Gold vor allem auch nicht zerstören kannst. und sie sind natürlich begrenzt, also nicht natürlich begrenzt, sondern sind natürlich begrenzt durch die physikalischen Gesetze einfach. Das heißt, du kannst nicht einfach aus dem Nichts Gold erschaffen zum Beispiel. Das geht nicht. Das haben zwar viele Menschen, unsere Menschheitsgeschichte versucht schon, mit Alchemie und allem drum und dran, aber es funktioniert nicht. Du kannst ein klassisches Goldbarrenstück kannst du nicht künstlich erschaffen. Das geht nicht. Und dadurch hast du den großen Vorteil eben, dass es begrenzt ist und zack hast du schon die zwei Punkte, die du gerade auch schon bei der Zusammenfassung angesprochen hattest. Begrenztheit und Haltbarkeit. Dann ist aber das Problem, dass nicht alle Edelmetalle unterschiedlich stark zu fördern sind. Also sind alle ein bisschen schwer zu fördern, weil bei Gold musst du ja erst mal nach dem Vorkommen suchen. Das ist ja, glaube ich, ein ganz großer Aufwand zu gucken, okay, wo hast du überhaupt so eine Gold, wo in der Erde ist überhaupt Gold vorhanden? Dann musst du die Mine hinzufügen und allem drum und dran. Das ist ja wahnsinnig teuer und aufwendig. Und deshalb ist das Problem zum Beispiel beim Gold, wir wissen, Gold ist seit Jahren und seit Jahrhunderten wahnsinnig wertvoll für uns alle und der Preis ist aktuell, glaube ich, bei 2000 Euro, 2000 Dollar, zu der Ecke im Moment. Weiß ich gerade gar nicht. Erzähl einfach mal weiter. Er ist auf jeden Fall relativ hoch und das würde jetzt bedeuten, du hast den Anreiz ja als Minenbetreiber zu sagen, okay, hey, wir ballern da jetzt ordentlich Energie rein und Aufwand und Menschenpower und allem drum und dran und versuchen diese, so viel Gold wie möglich zu fördern, damit wir es verkaufen können, teuer. Das Problem ist aber, dass die Menge an Gold, jetzt kommen wir zum Thema dem Stock-to-Flow-Verhältnis wieder, die Menge an Gold, die schon über der Erde existiert, ist im Verhältnis zu der Menge, die jährlich dazukommen kann, so groß, dass es keinen Unterschied macht. Also du kannst zwar viel fördern, aber im Verhältnis dazu ist es nicht so viel, dass du das Angebot so erhöhen kannst, dass es den Preis irgendwie beeinflusst. Denn bei Gold ist es ungefähr seit Jahren schon so, dass es immer ungefähr stabil 2% pro Jahr dazukommen ungefähr, die neu dazukommen zur Menge. Das heißt also, sie schaffen es nicht mehr hinzuzufügen, also keine 10% oder 50% und deswegen ist eigentlich Gold aktuell dieser richtig, richtig gute Wertspeicher. Weil es einfach haltbar ist, es ist begrenzt und es ist wahnsinnig schwer zu fördern und es ist wahnsinnig schwer die Menge zu erhöhen, die auf die Erde kommen, wodurch du den Markt nicht beeinflussen kannst. Okay, was ist denn das Ziel von dem Stock-to-Flow-Modell? Also mir ist schon klar, es gibt eben auf der einen Seite den Stock, die aktuell verfügbare Menge, dann natürlich das Verhältnis zum Flow, also der Fördermenge. Und wenn die Zahl dann am Ende hoch ist, ist klar, dass es für die Seltenheit spricht und somit für einen vermutlich hohen Wert. Aber ist jetzt einfach das Stock-to-Flow-Modell ein Indikator für Seltenheit? Nein, überhaupt nicht. Also Seltenheit geht es gar nicht erst mal, weil es gibt auf jeden Fall seltenere Sachen als Gold. Das gibt es auf jeden Fall. Sondern du musst, also ganz kurz zurückzugehen, bei dem Stock-to-Flow-Modell kannst du nämlich ganz normal rechnen dann, wie du ja schon gesagt hast, du nimmst den Stock, also die Gesamtmenge, die auf der Erde vorhanden ist und kannst sie dann teilen durch die Menge, die gefördert wird pro Jahr. Das ist so gesehen die Idee und am Ende kommt eine Zahl raus. Bei Gold ist es aktuell, glaube ich, 54, so die Ecke, je nachdem. Und die Zahl... 450. 54. 54, genau. Und man könnte damit so ausdrücken, dass es bedeutet, um die Menge an Gold, die jetzt aktuell auf der Erde ist, müsste man 54 Jahre lang die Menge fördern. Ah, klar. Genau, richtig. Und umso höher die natürlich ist, umso schwieriger ist es natürlich, diese Menge wieder zu bekommen. Wenn du zum Beispiel eine Menge von zwei oder eine Zahl von zwei hast beim Stock-to-Floor-Verhältnis, würde das heißen, ich kann in zwei Jahren die komplette Menge, der Gesamtmenge, die auf der Erde ist, in zwei Jahren wieder hinzufügen. Das heißt, ich kann den Markt relativ schnell überschwemmen. Und das ist so der Punkt insgesamt. Ja, klar. Ich hoffe, das ist ein bisschen... Also es hat erstmal mit der... Du hast einen guten Punkt angesprochen, es hat mit der Begrenzung erstmal gar nichts zu tun, so richtig. Es geht nicht darum, wie viel auf der Erde vorhanden ist, weil es bei Gold, es gibt andere Edelmetall, die wesentlich weniger in der Menge auf der Erde vorhanden sind. Es geht um das Verhältnis. Wie stark kannst du das... Wie schnell kannst du die Menge verändern? Und... Ja. Okay. Deshalb ist Gold in der Hinsicht... Besitzt Gold diesen verdammt guten Punkt und ist eben auch dieser Wertspeicher und ist so wertvoll. Und leider denken immer noch die meisten, dass Gold so wertvoll ist, weil man es halt irgendwie im Computer benutzt und weil es irgendwie im Handy verwendet wird oder halt Schmuck. aber an sich ist das gar nicht der Grund dafür, sondern es geht wirklich darum, es ist so ein verdammt guter Wertspeicher, weil es einfach... Ja. Weil es so begrenzt ist und eben so schwer zu fördern ist. Weil es gibt andere Punkte wie Silber zum Beispiel oder auch sowas wie Palladium, die ähnlich sind, aber bei denen ist es einfach so, wenn der Preis von Palladium zum Beispiel ansteigt, können die Betreiber ganz schnell sagen, okay, wir fördern das jetzt mehr wieder und dann können sie viel mehr auf den Markt werfen und so gesehen dann den Markt beeinflussen und der Preis sinkt wieder und deshalb ist Palladium für uns kein Wertspeicher. Niemand hat zu Hause ein Kilo Palladium rumliegen und speichert da einen Wert drin, weil es einfach keinen Sinn macht. Genau. Okay, alles klar. Gut. Und naja, wir haben jetzt schon häufiger erwähnt, dass Bitcoin eben begrenzt ist auf 21 Millionen. Ist es denn dadurch automatisch einen guten Wertspeich? ein guter Wertspeicher oder also ist Bitcoin für dich ein guter Wertspeicher? Ja. Wenn nicht sogar der perfekte Wertspeicher, würde ich sogar sagen. Weil wenn man zurückgeht nochmal auf das Goldthema, bei Gold wissen wir, okay, es ist natürlich begrenzt, weil es gibt nur eine bestimmte Menge in der Erde, aber erstens, wir wissen nicht, wie viel das wirklich ist. Wir haben keine Ahnung, wie viele Tonnen Gold bei uns in der Erde rumliegen. Kein Plan. Das heißt, es kann also sein, dass wir plötzlich sagen, wir haben eine neue Technologie, die irgendwie noch mehr Gold aus der Erde ziehen kann. Und zack, haben wir plötzlich ein neues Angebot. Und dann haben wir das Problem, dass Gold nicht mehr viel wert ist, weil plötzlich können wir den mehr verkaufen und dann haben wir das Problem, dass eben die Nachfrage gleich bleibt, das Angebot steigt und der Preis sinkt dadurch wiederum. Und zack, haben wir einen Wertspeicher für ein Arsch, in Anführungszeichen. Und der andere Punkt ist ja auch, Technologie ist ja auch das Thema Asteroiden und Androplaneten. Ich meine, wenn jetzt, es gibt es glaube ich auch die ersten Nachrichten schon darüber, dass Asteroiden bei uns vorbeifliegen relativ nah, die sehr viel, die tonnenweise Gold in sich behalten. Wenn wir irgendwie schaffen, das ganze Ding zu zu fangen, in Anführungszeichen, und das Gold rauszuziehen, haben wir genau das gleiche Problem wieder. Dann ist unser Gold nicht mehr so viel wert. Na gut, da werden wir noch ein paar Jahre oder Jahrzehnte von entfernt sein. Aber die Gefahr besteht natürlich, dass irgendwo ein neues Goldvorkommen aufgedeckt wird. Genau, richtig. Und klar, das klingt vielleicht ein bisschen noch Science-Fiction-mäßig, aber ich glaube, dass das so weit weg gar nicht mehr ist. Und wenn es nur in 20, 30 Jahren ist, ich meine, wir sind jetzt Anfang 20, Ende 20, Anfang 30, wenn wir jetzt mal nur in 20 Jahren rechnen und du lagerst dein Gold ein und plötzlich ist dein Gold nichts mehr wert. Und dann... Wer dann schön zum Renteneintritt eine komplette Entwertung wenn wir nur in Gold schlagen würden. Weil bei dir bloß ein blöder Asteroid mit Gold vorbeifliegt und du denkst, ja, blöd. Genau. Und jetzt kann man da die Brücke zu Bitcoin schlagen und wir haben ja schon gelernt, dass eben dort Bitcoin einfach komplett auf 21 Millionen begrenzt ist. Das heißt, es wird niemals mehr geben. Denn wir können es nicht herstellen, wir können niemals irgendwie Bitcoin finden und es ist das erste Mal, dass wir es geschafft haben, einfach ein Gut, ein Gut wirklich digital, nicht nur digital, sondern sich ein Gut komplett zu begrenzen. Und das ist schon der erste Punkt auf jeden Fall. Und der zweiten? Ja, wahrscheinlich ist es mit das erste Gut, wo überhaupt sicher ist, wann Ende der Fahnenstange ist. Genau. Also, bei welchem Gut gibt es das denn sonst, dass man weiß, okay, es gibt insgesamt exakt so viel. Richtig. Man kann nicht mehr herstellen, egal wie sehr man sich bemüht und dass diese Eigenschaften jetzt auch noch bei einem digitalen Gut vorkommen, ist dann praktisch die Kirsche auf der Sahne. Genau. Aber da ist der Punkt eben, wahrscheinlich ist es eben nur möglich, weil es digital ist überhaupt. Weil das Problem ist ja bei physischen Gütern, da musst du die Eigenschaften nehmen, wie sie da sind, die von der Natur gegeben sind. Bei dem digitalen Gut wie Bitcoin kannst du ja auch einfach sagen, oder viele sagen ja auch, Bitcoin hat diesen verdammt großen Vorteil gehabt, dass sie einfach, oder dass der oder die Gruppe, je nachdem, wer es war, diese unterschiedlichen Eigenschaften aller Güter, die so ein bisschen als Wertspeicher oder als Zahlungsmittel dienten bis jetzt, zu nehmen und die zusammenzufügen wie so ein Art Puzzle und zurückziehen, den perfekten Wertspeicher daraus zu generieren. Wobei natürlich dazu gehört, dass es einfach begrenzt ist und was der nächste Punkt ist eben, wir wissen ja ganz genau, wie viele Bitcoin pro Jahr hinzukommen. Wir kennen diesen Verlaufsplan, haben wir ja schon gesehen, wir haben gelernt, dass alle 10 Minuten bei dem Mining eben ein bestimmter Blockreward dazukommt und der halbiert sich ja alle knapp vier Jahre. Das heißt, wir wissen zu jedem Zeitpunkt, wir könnten jetzt genau nachschauen, wie viele Bitcoin gibt es gerade, wie viele Bitcoin gibt es nächstes Jahr, wie viele gibt es in 20 Jahren und das gab es vorher auch noch nie. Das wissen wir bei Gold nicht, das wissen wir bei bei unseren Fiat-Währungen und beim Euro nicht, weil wir es einfach, es ist nicht transparent und wir müssen halt eben irgendjemandem vertrauen, dass es entweder künstlich begrenzt oder wir wissen es einfach nicht, wie unsere Technologie weitergeht und bei Bitcoin ist es eben der Fall, dass es einfach komplett transparent ist und wir können davon wissen, wir können sicher sein, dass es genauso in Zukunft abläuft und da ist ein ganz großer Punkt, der da richtig krass mit reinspielt, ist eben, dass bei Mining, haben wir glaube ich in Folge 14 mal kurz drüber gesprochen gehabt, und auch erklärt, das sogenannte Difficulty Adjustment, wo es ja darum ging, dass bei einem Mining ist es ja so, dass die Miner eine bestimmte, nehmen die Transaktionen und packen die in Blöcke und müssen dann eine bestimmte Zahl finden, um einen bestimmten Hash zu finden, also wer es genau wissen will, nochmal reinhören auf jeden Fall, da haben wir es dann sehr explizit erklärt und auch, denn auch bei Bitcoin gibt es ja tierisch den Anreiz, wenn jetzt ein Bitcoin eine Million Euro wert ist, mal rein hypothetisch, würdest du ja auch da den Anreiz geben, hey, wenn ich irgendwie schaffen würde, mehr Bitcoin herzustellen, dann könnte ich die ja verkaufen und könnte richtig viel Geld machen. Und wenn das passieren würde, hätten wir das Problem, es wäre kein Wertspeicher, weil der Preis oder der Markt verwässert wird und der Preis verwässert wird und der Preis gedrückt wird. Und beim Difficulty Adjustment ist es ja eben so, dass wenn der Preis hoch ist und der an... Wobei man da ja sagen muss, die Gesamtanzahl ist ja trotzdem begrenzt, man hätte sie nur früher erreicht. Genau, richtig. Und du hättest halt, du hättest diese Schwankungen drin. Wenn der Preis natürlich ansteigt, könnte ich mal sagen, oh, jetzt ist der Preis hoch, jetzt geben wir mehr Gas und ich werfe mehr Bitcoin auf den Markt und das geht eben nicht, weil eben das so angepasst wird, dass eben dieses, dass es keine Auswirkungen hat. Ich meine, es könnten alle Männer dieser Erde ihre Hardware drauflaufen lassen und so viel Energie reinstecken, es wäre Bitcoin komplett egal, es würde trotzdem weiterlaufen und es würde trotzdem immer den gleichen Verlauf durchführen bis ans Ende, bis die 21 Millionen da sind. Und das ist, wenn man es mal so sieht, aus meiner Sicht eigentlich der größte Punkt, warum Bitcoin eigentlich so ein verdammt guter, wenn nicht sogar der perfekte Wertspeicher ist, weil es einfach die Eigenschaften von Gold nimmt, dieses Haltbare, klar bei digitalen Produkten noch haltbarer, weil man kann digitale Produkte nicht zerstören. Es ist begrenzt, es ist komplett begrenzt, jeder weiß es und es kann einfach, es ist ultraschwer zu fördern und man kann es nicht mehr fördern, als es vorgegeben ist. Es bleibt immer gleich und aus diesem Grund ist es für mich der perfekte Wertspeicher, den wir jemals hatten und vielleicht auch jemals haben werden, weil es geht nicht besser. Ja, vielleicht noch kurz für all diejenigen, die jetzt doch nicht mehr in Folge 14 reinhören wollen, also dieses Difficulty Adjustment ist eben dafür da, dass die Anzahl der Blöcke, die pro Minute gemeint wird, beziehungsweise ein Block wird ja alle 10 Minuten gemeint, dass dieses Verhältnis eingehalten wird. Also wenn man jetzt mehr Hardware Power investieren würde, wird einfach gewisse Prozesse greifen, die dazu führen, dass im Endeffekt trotzdem nur alle 10 Minuten ein Block generiert werden kann und nur durch einen neuen Block entstehen neue Bitcoins. Und das ist eben eine Eigenschaft, die Bitcoin als besonders gut qualifiziert, um eben in Wertspeicher zu sein. Und das ist auch das erste Gut, bei dem sowas überhaupt funktionieren kann, weil man sowas implementiert hat im Code und alles andere, bei allen anderen Gütern, die man auf der Erde kennt oder auf der Welt kennt, kann das ja gar nicht funktionieren. Okay, sehr gut. Dann würde ich sagen, fass doch nochmal in drei Sätzen zusammen, was ein Wertspeicher auszeichnet und warum Bitcoin besonders gut ist. Also ich glaube, beim Wertspeicher muss man sich einfach nur erstmal merken, Wertspeicher ist einfach, ich möchte einen Wert über einen bestimmten Zeitraum in die Zukunft tragen, in welcher Form denn auch immer. Und ich hoffe, dass eben dieser Wertspeicher der Wert von heute auch in Zukunft mindestens den gleichen Wert hat, also nicht an Wert verliert, also nicht an Kaufkraft verliert zum Beispiel. Genau. Und dann die drei Punkte sind auf jeden Fall, so ein Wertspeicher muss haltbar sein, deshalb fallen alle organischen Produkte raus und deshalb bleiben am Ende Edelmetalle übrig. Dann muss es auf jeden Fall begrenzt sein, entweder künstlich, was wiederum das Problem ist, dass wir jemandem vertrauen müssen, oder eben natürlich, wie bei Gold, um überhaupt einen Wert zu erhalten. Es muss etwas begrenzt vorhanden sein. Und als dritter Punkt ist eben, das Gut darf nicht zu einfach herzustellen beziehungsweise zu fördern sein, damit wenn der Preis ansteigt, also der Wert eines Wertspeichers ansteigt, weil dadurch entsteht der Anreiz, dass man das danach suchen möchte, das mehr fördern möchte, dadurch würde man das Angebot erhöhen und dadurch würde automatisch der Preis sinken und die Funktion eines Wertspeichers wäre dadurch komplett verloren wieder. Und Bitcoin arbeitet halt komplett gegen diese drei Eigenschaften oder besitzt diese drei Eigenschaften, da es einfach haltbar ist, es ist digital, das heißt, wir können es nicht zerstören. Zweitens ist es komplett begrenzt auf die 21 Millionen. Und drittens, wir können es nicht mehr fördern, egal wie hoch der Anreiz darauf ist, denn der Verlaufsplan, wie viele Bitcoin pro Zeiteinheit dazukommen, ist komplett vorgegeben und den kann niemand ändern. Und deshalb ist Bitcoin für mich der perfekte Wertspeicher. Alles klar, sehr schön. Dann würde ich sagen, kommen wir zu den Formalitäten und jo, die hast du ja die letzten Wochen immer sehr gut gemacht, deshalb würde ich sagen, du machst wieder gerne. Alles klar. Ja, erstmal vielen Dank fürs Zuhören und ja, ihr findet uns bei allen Podcast-Plattformen wie Spotify und Apple Podcast und auch Google Podcast und allem drum und dran und vor allem bei Apple Podcast freuen wir uns natürlich über jede Bewertung, über jedes Feedback und wir sind auch bei YouTube zu finden, wer das irgendwie nebenher als Video angucken möchte, also nicht mit uns, sondern einfach nur als Videoaufnahme und natürlich bei Twitter sind wir ja am aktivsten und bei Twitter auch gerne Nachrichten schicken, irgendwelche Fragen, Hinweise, Feedback, wenn wir irgendwas Falsches erzählt haben, kann natürlich passieren. Immer her damit, da freuen wir uns 20 drüber und ja, war das alles? Habe ich noch was vergessen? Nein, das war glaube ich... Ja, das war alles, nur bei YouTube sind wir eben bisher nur... Achso, sorry, ja. Nicht als Video, aber mal schauen, vielleicht machen wir das in Zukunft auch anders. Wir... Überlegen. Ja, schauen wir mal. Okay, cool. Gut, dann vielen Dank und dann bis nächste Woche. Ciao. Ciao.